Bitte nicht direkt töten, ich will, wenn ich Detekt... Bin ich nicht, super, danke. Also dürfen wir dich jetzt direkt töten? Nein, wer ist Detektiv? Wer ist Detektiv? Ich geb dir die Kamera. Wo bist du? Ich bin in dem mittleren Stockwerk. Was, Fer? Wo, wo, Holly, Holly, alles gut. Keine Panik. Fer, was? Was, Holly? Quantum. Mittleres Stockwerk. Ja, entschuldige, entschuldige. Ich bin da. Hallo. Hallo, Holly. Entschuldige. Nein, mittleres Stockwerk. Ja, ich bin auch da. Holly, geh weg. Hier, nimm meine Waffe. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen normalerweise. Äh, Kamera? Wie, trock mal was? Wir sind alle hier, sind alle hier. Maudaro? 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 Au, Mann, was hieß doch nicht, Alter? Was hieß doch auf dem Detektiv? Was hieß doch auf dem Detektiv? Holly hat mich halb getötet, sorry. Äh, äh... Hast du ihn gekillt? Ja. Er war innocent. Ja, er hat mich angeschossen. Der Bulle ist gerottet. Und er ist hinter mich gelaufen mit seiner Waffe. Tut mir leid. Ich hab mich bedrängt gefühlt. Oh, schade. Ich hab Zombie keine Marke mehr. Das ist... Ich geheuer. Man kommt das Essen. Und wer ist da links von mir? Ja, okay. Ich hab jemanden... Ah, okay, jetzt nochmal, heil dich. Heil dich. Ja, genau, jetzt kriegst du nichts mehr, wenn du hier alles kaputt machst. Ran da, alle. Versteck mich. Ich steig dich an. Mann, wenn ich hier arbeiten müsste... Versteck mich. Ah, ich hab nur Lust, die Jäbel. Warte, geh mal weg. Oh Gott, da ist jemand. Nee, da ist nicht... Oh, also Detektiv. Bitte, geh mal weg. Alle weggehen. Oh, warte mal, ich hab meine Kamera... Hey, wo hast du dich denn geheilt? Max, du folgst mich die ganze Zeit. Ich hab meine Kamera doch rausgeworfen. Liegt die hier irgendwo? Hast du? Ja, als er mich angeschossen hat, hab ich sie geworfen, scheinbar aus Panik. Max und Mordado hängen immer... Ja, nein, der verfolgt mich die ganze Zeit. Nein, ich will nicht mal alleine rumlaufen. Der verfolgt mich die ganze Zeit mit einer Crowbar. Ich kann auch, wenn du Bock hast, meinen magnetischen Stick in die Hand nehmen. Oh, Mann, er ist ganz alleine. Hm. Ach, nein. Ach, der hat wieder seinen Fetisch wahrscheinlich. Brutzelt sich an. Ich bin ganz oben. Also, unschuldig. Ey, was machst du? Mordado! Hä, du hast den Detektiv nicht untersucht, denn es lag hier. Deswegen habe ich dich getötet. Okay, du war... Warum untersuchst du nicht Leichen? Ach, Gott. Max war... Warte, wer lebt noch? Quantum lebt noch. Wer lebt noch? Du hast jemanden getötet, oder? Ja, ich habe jemanden getötet, der den Detektiv nicht... Also, der eine Leiche nicht untersucht hat. Deswegen verfehle ich dich jetzt richtig schlecht. Ja, ist der, der schießt auf mich? Ja? Ist das kein Grund? Was ist kein Grund? Dass du auf mich schießt? Ja. Sicher. Du solltest dir echt Gedanken drüber machen. Ich habe einen Traitor gekillt. Ich habe einen Traitor gekillt. Ja, warte. Bist du nur noch die zwei am Leben? Du hast deinen Kumpel gekillt. Nein! Hab ich nicht! Wer ist noch am Leben? Alter, es lebt auf jeden Fall noch einer. Ich habe gerade einfach nur einen Traitor gekillt. Ja. Ist klar. Ein Ablenkungsmanöver. Du verrätst deine Freunde. Genau so sehe ich aus. Ja. Eigentlich? Ja. Ah, jetzt stellst du den Turret hin! Ich hasse den Turret! Den habe ich aufgehoben von ihm. Du hast den Turret aufgehoben und repariert? Ja, genau. Ja, ich muss auch nicht hier runter. Ja, ich auch nicht. Ich habe es einfach nicht nötig im Leben. Ich habe zwei Minuten Zeit. Können wir noch eine Zigarette anzünden? Wenn ich rauchen würde, was ich nicht tue. Könnte ich auch, wenn ich rauchen würde, was ich nicht tue. Alter! Turret! Wer könnte noch drüber reden? Könnten wir tun. Oder ich töte dich einfach. Nee, dafür wird mir der andere Plan besser. Du hast jetzt, ähm, bestimmt eine gute Waffe, oder? Erzähl mal. Welche Waffe hast du gerade? Was ist das hier mit den Fässern? Das sind Geister. Was sind das für Dinge? Warum bist du auch nicht wahr? Was sind das für geheime Waffen? Hast du dich als Fass verkleidet? Was geht hier ab? Und ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Du hast die Wahl gerade, ne? Entweder du kommst runter, rennst an einem Turret vorbei, oder du bist jetzt gleich tot, weil eine Bombe hochgeht. Wir können doch drüber reden. Nee, in zwei Sekunden bist du tot. Vier Euro kriegst du dir einen Döner kaufen. Jesus Christ, was war das? Die Bombe. Nein, äh, die, die Leute, die um dich herum geflogen sind, nachdem du tot bist, kannst du auf einen Gegenstand eh machen, und dann, äh, kannst du den bewegen. Das war nicht von Maudado. Ja. Äh, hast du mal so ein Slam hingehangen? Ach, Geister. Ja! Okay, okay, okay. Ja, ich laufe so rückwärts die Treppe runter, weil ich gegen Quantum kämpfe. Sieht man die denn nicht? Als anderer Trater? Nein, man sieht die nicht. Hä? Aber wie dumm ist denn die Slam? Warum ist die denn nicht so konfiguriert, dass nur die Innens da durchlaufen? Oder ich hab hier halt nie gesehen. Wann hast du sie gelegt? Schon lang davor? Ja, die lag schon länger. Ja gut, das hab ich, ist mir nicht aufge... Ja gut, dann... Was soll jetzt dieses Punchometer? Äh, das ist wie... Misere, du dein Item bewegen kannst. Es fällst dich langsam auf. Umso länger du wartest, umso mehr kannst du's bewegen. Ich bin Detektiv. Ich bin Inno. Okay, Dario. Gib mir Ingvar Tollet. Gib mir... Gib mir die, äh... One-Shight-Zermit. Ich bin nämlich eh Inno. Die Goldene. Die Goldene ist eigentlich echt perfekt für Inno's Fans 2. Für Inno, ja. Wenn die den Falschen töten, werden die halt direkt bestraft. Komm mit. Wo bist du denn? Ach so. Dombay, warte. Komm mit, komm mit. Bis alle weg sind. Gib mal. Warte, wo bist du? Hier. Okay, wir gehen zum Spawnraum. Zum Spawnraum. Ja, dann wollte ich da hin. Kann ich öffnen? Ich will zugucken. Geht weg. Die Übergabe findet hier statt. Ihr könnt vor der Glasfülle bleiben. Geht weg zu. Nee, das ist es nicht. Ah, komm mit. Okay. Goldene Schicksal. Ey, du bist damit echt... Warte, warte, wir nehmen doch die Heat Station mit. Super ungefährlich, ne? Naja, ich kann doch direkt auf meine Shotgun switchen. Soll ich das Opfer einfach mal erschießen? Soll ich dich mal damit erschießen, hä? Dann stirbst nur du. Was? Dann stirb ich nicht mal. Man sieht den Kopf durch den Boden. Kannst du damit erschießen, hä? Durch welche? Nee, ich seh deinen Kopf nicht. Du was du willst, Manu. Mo, Mo, da, du kannst mich gerade töten. Schieß auf mich. Ich glaub du bist Inno. Schieß! Oh, okay, dann gehen wir uns eigenen Wege. Kann das sein, dass wir hier zu dritt Innos sind? Oder da drüben ein Inno mit den Traitern ab... Inno ist wahrscheinlich schon längst tot. Könnte sein. Okay, ich erschieße ihn, den ich sehe. Außer euch. Nein! Außer euch. Nein! Ach, der Turret, der da steht? Ist er... Boah! Nein, nicht deinen! Oh Gott! Sauber! Sauber! Nee, nee! Ich hab den Turret kaputt gemacht, aber das Ding ist offen. Hallo! Oh, fuck! Daneben. Hilfe! Hey! Was macht ihr? Wieso fließt ihr euch ab? Ach, keine Ahnung! Vielleicht weil du daneben den Turret standest? Hä? Die goldene Waffe hat wieder einen Schuss? Nein! Sie hat doch nicht einen Schuss! Nein! Sie war... Hä? Hast du doch geschossen? Nein, nein! Ich hab grad... Geh zurück! Hä? Geh zurück! Geh zurück! Quantum ducken! Ducken, springen, ducken! Das ist unfair, wenn du da in der Situation bist! Ach so! Ach so! Ja! Ach so! Ach so! Ach so! Immer sofort töten, wenn du da bist! Ja! Leute! Ist doch klar, dass ich euch erschieße, wenn da ein Turret steht! Äh! Da die Tür offen ist! Ich hab gesagt, wo seid ihr bitte nicht töten und kommt zu euch durch den Gang! Die Turret lag bei mir schon am Boden, wo ich gekommen bin! Was war das für ein Geräusch? Und dann hast du mich getötet! Ich wurde direkt rausgesaugt! Alter, das Geräusch! Das war Zombiel! Ahahaha! So, man landet da so im Wasser auch noch! Ja! Das Geräusch ist voll eklig! Der eine mit seiner Pistole, der andere mit der Schrotbinte! Ja! Und auch geil! Die war verpackt! Da stand noch ein Schuss drin und dann war da einfach kein Schuss drin! Ich hab dich mit meiner Hook getötet! Ja normal! Wenn ich nicht schieß! Mit meiner Hook! Noob! L2P! Wie ist denn jetzt am Ende der Traitor gestorben? Ja, der war die ganze Zeit schon außerhalb! Ach so! Ich hab quasi im Aussehen dann wohl getötet, oder? Ja, ich wurde rausgesaugt! Kann ich auch klettern? Ja! Let's start it! Okay! Warte ich grad hier! Let's start it! It's start it! Nein! Ich häng fest! Rette mich! Der Knopf hier ist böse! Oder der hier! Einer von beiden! Das ist der hier! Soll ich mal drücken? Vergiss das, Alter! Das ist ein richtig guter Knopf! Wirklich spannend! Aber zeig mal, welcher das ist! Das ist der da! Willst du mal draufdrücken? Soll ich mal jetzt eh drücken? Ach der! Okay! Okay, okay! Dieser Knopf wird nicht gedrückt! Dieser Knopf wird nicht gedrückt! Never ever! Never ever! Never ever! Never ever ever! Okay, das! Aktiviert es total! Was denn? Aktiviert es! Okay, Manuel schießt auf den Boden! Geht das jetzt einfach nur als Anfall, oder? Los, Manuel! Willst du auch gefällt werden? Ich war doch gerade durch! Komm! Super! Ja, durch! Nein! Nein! Alles gut! Wir sind in einem Paralleluniversum! Ja! Ihr seht jetzt nicht mehr, ob es an ist oder nicht! Jetzt war ich so ganz doof gefragt! Würdet ihr den Notarzt rufen, wenn Dario jetzt live sterben würde? Würdet ihr es lassen? Nee! Glaub ich nicht! Es geht auch irgendwo eine Nummer zu weit an die Internetfreundschaft! Naja! Ja! Ja! Sollts jetzt nicht an sein? Ja, du musst es noch einmal aktivieren! Komm, wir spielen! Du musst auf den Kopf drücken! Wir sind immer durchdrennen! Komm! Geht einer mit mir durch! Mach ein bisschen Risiko hier! Ich hab Angst, da durchzurennen! Mach doch an! Der Teleporter kann kaputt gehen! Ah! Ja! Der Schicht da! Wer doch schossen! Mach an! Ja, mach doch mal an! Ja, freilich! Wer doch schossen? Ich frag mich immer, wer doch schossen! Wenn man einen Teleporter zu häufig benutzt, dann geht der Defekt! Wahrscheinlich haben wir ihn aus der Steuerzentrale irgendwie wieder... Hallo! 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 Warte mich richtig nervös! Warte mich richtig nervös! Warte mich richtig nervös! Bist du Traitor? Hallo! Kannst du mich zugeben! Wie kann man hier fliegen? Kann man hier fliegen? Aber dann denk ich mal, dass Kedos Traitor ist! Ey, Celebration! Ja, ist es! Time, come on! Er schießt einfach! Okay, Dario und ich sind inno! Dario und ich sind auf jeden Fall inno! Dann ist Zombie im Teleporter fest! Zombie ist da oben! Zombie ist da oben! Zombie ist da oben! Halt den Blick! Wir sind irgendwie rum und fliegen! Halt ihn im Blick! Weißt du, er sieht überhaupt nicht putzig aus mit seinem Gesicht! Guck dir den mal an! Vielleicht wenn ich mich ducke? Vielleicht wenn ich mich ducke? Warte mal! Schubst du mal runter mit Rechtsklick! Flieg der dann auch? Bleib mal stehen! Schubst mich! Da! Ja! Mach mal mit mir! Hier, warte! Ja, ich muss jetzt mal runterfallen, bis ich los springen kann! So, jetzt! Alter, der hat seine Waffe aufgehoben! Er ist Traitor! Wollt ihr nicht so aufpassen? Hä? Oh, leider hat das Portal ausgemacht! Das wirst du in zwei Minuten warten! Ich hab's nicht zugemacht! Schubst dich, warte! Manu, bleib stehen! Ich schubst dich! Ja, Maudado ist klar, dass du... Ja, ich steck immer... Ich steck immer... Teleporter fest! Ich komm hier nicht raus! Manu! Juiiii! Dann musst du dich töten! In der Konsole, Maudado! Hä? Man kann mich auch töten! Total wird wieder aktiviert! Also steckt Maudado doch nicht fest! Hä? Nein! Ich steck nicht fest! Also ich steck fest! Ja, ja, ja! Ich steck wirklich fest! Hä? Ich steck nicht fest! Ich steck doch fest! Der kommt rein und da werden wir ihn töten! Passt auf! Ich steck fest! Er wird ne G-Hard reinwerfen! Und damit wir uns selber in die Luft springen! Sombert hast du glaub ich getötet! Wer ist da grad durchgelaufen? Ich nicht! Kann man Items da durchwerfen? Maudado, du test ihn mal bitte! Sombert selber getötet! Ach, ich kann mich mit der Konsole selbst... Nein, nein! Probier mal! Probier mal! Nein, du bist nicht verbarkt! Alter, wer hat dann dieses Portal aktiviert? Zombie ist tot! Kedos ist tot! Ich geh von hinten durch! Man kann's wahrscheinlich dann irgendwie zentral wieder reparieren! Man, du bist jetzt auch tot! Ich hab solche Helden hier bei mir! Geh durch! Die Leih und rette mich! Ja, dann bin ich tot! Dann gewinnst du! Ja! Dann werd ich nicht zulassen! Wart bis die Runde vorbei ist! Dann kann ich mich einfach umbringen! Warte! Ja! Wie mach ich das am besten? Werde gewinnen! Ähm... Ja, schmeiß ich das mal weg! Und kauf mir was Neues! Oh, hallo! Ich wollt' mir grad freuen! Oh, wie war... Hä? Wie bist du wieder durchgekommen? Ich hab's von unserer Seite aus aktiviert! Hä? Hä? Ich hab's einfach so getan, als wär's Maudano gewesen! Geht das? Ja, es geht! Da ist oben so ein Laptop! Alter! Da ist dein Laptop! Ach da! Ja, und dann bist du auch nicht gestorben, oder wie? Nö, natürlich! Wenn man's von der eigenen Seite aus aktiviert, geht's!